Liebe Zuschauer, mein Name ist Gerd Klamanns und ich freue mich Ihnen heute meine Klimakampagne vorstellen zu dürfen. Klimakampagne. Ich denke, Klimawandel ist in aller Munde. Das Thema ist aktueller denn je. Wir haben im letzten Jahr ein Insektenhotel für die Stadt Kleve gebaut. In diesem Jahr haben wir ein Hochbeet gebaut. Wir hoffen uns, dass in Kleve das viele Nachahmer findet und dass sich das später wie so ein grünes Band durch Kleve wiederfindet. Also das Thema Klimawandel, wir haben das Klimaradeln unterstützt und gleichzeitig auch eine Schule hier unterstützt am Klimatag. Also es liegt mir schon wirklich am Herzen und umso mehr freue ich mich jetzt einen Hersteller zu haben, mit dem ich schon seit Jahrzehnten arbeite, wo wir heute sagen dürfen, dieser Hersteller darf sich klimaneutral nennen. Was heißt das klimaneutral? Also zuallererst hat er 2017 Pure Emission ins Leben gerufen. Das heißt, er kann sagen, dass er weniger Formaldehyd benötigt bei der Produktion als viele andere Unternehmen und jetzt top aktuell auch sagen darf, dass er eine klimaneutrale Küche baut. Das bedeutet, dass er auf der einen Seite bei der Produktion schon auf Reduzierung der CO2-Ausstoßes achtet sowie gleichzeitig Zertifikate kauft, um den Klima-Ausstoß, den er hier in Deutschland hat, auszugleichen weltweit. Die Firma Hecker, mit denen wir wie gesagt schon lange zusammenarbeiten, ist über 80 Jahre, also etwas jünger als wir. Ein Familienunternehmen, dem wir sehr eng verbunden sind und wir freuen uns, dass die ähnlichen Werte leben wie wir auch und wir haben mit denen eine Kampagne überlegt und wir freuen uns jetzt auf das, was wir gemeinsam umsetzen können. Und jetzt möchte ich Ihnen unsere Klimaaktion vorstellen. Und zwar wäre bis zum 30.11. bei uns eine Küche von ca. 8.990 Euro kauft, bekommt ein E-Bike dazu. Wer eine Küche kauft ab 5.000 Euro, bekommt ein Fahrrad dazu. Das konnten wir möglich machen, indem wir zwei bekannte Fahrradhändler vor Ort, Gerzen und Daute, mit ins Boot geholt haben und dadurch so ein tolles Angebot kriegen konnten. Sie zahlen für die Küche keinen Cent mehr und kriegen ein Fahrrad im Werte von 2.399 Euro, ein E-Bike der Marke Sparta oder Viktoria mit Mittel-Akku-Line-Bosch-Motor gratis dazu. Sie können das unterm Weihnachtsbaum legen und die Küche brauchen Sie nur abnehmen bis Ende 2020. Das ist unser Angebot und das finde ich doch ist eine tolle Sache. Also wir von Möbel Klermanns würden uns freuen, wenn wir Sie in unserem Hause begrüßen dürften und Sie können auch gerne telefonisch einen Termin vorab absprechen, damit Sie nicht so lange warten müssen.